Ich freue mich heute bei Ihnen zu sein mit dem Deutschen Change Award 2021. Kein Preis, der das beste Medizinkonzept, die innovativste Pflege oder das beste Personalgewinnungskonzept prämiert, sondern ein bisschen tiefer geht. Sie haben mit Ihrem Projekt Reset Wandspec ein Projekt bei uns eingereicht, das die Jury bestehend aus BMG, DKG, APS, dem Deutschen Pflegerat, dem Bundesverband Internetmedizin und vielen anderen Experten Sie zum Gewinner gekürt hat. Erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Frau Schläger, wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, das so zu machen? Auf Basis der Erfahrungen, die ich im Konzern sammeln konnte und der etablierten Vorgehensweisen, habe ich mir die Situation der Klinik vor Ort angeschaut. Dabei ist es hilfreich, die klaren Strukturen und Methoden, die wir bei Asklepios schon immer anwenden, auch zu nutzen, als wichtige Säule bei dem Thema. Für mich war klar, als ich nach Wandspec gekommen bin, dass wir einiges verändern und entwickeln mussten und da war es essentiell, dann auch die Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Ich bin in Wandspec auf ein Team getroffen, was tatsächlich sehr offen für Veränderungen war. Natürlich schwang da auch immer eine gewisse Skepsis mit, inwieweit so ein Change-Projekt auch nachhaltig sein kann, denn so viel gehört zur Wahrheit dazu. Es gab auch Projekte, die in der Vergangenheit in der Klinik versandet sind, sodass die Herausforderung war, wirklich eine Struktur zu schaffen, die es ermöglicht, da den langen Atem zu bewahren und das auch umzusetzen. Somit habe ich mit dem Kernteam, was im Projekt ein wesentlicher Bestandteil ist, überlegt, wir setzen auf die Strukturen auf, ergänzen sie um ein paar moderne, neue Ansätze und Philosophie des Projektes ist, dass wir einen offenen, transparenten und wertschätzenden Umgang haben, um so dann auch auf Augenhöhe die Themen zu diskutieren und darüber weiterzukommen. Das hat tatsächlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Begeisterung ausgelöst, sodass sich wirklich viele an dem Projekt beteiligt haben. Frau Schlicke, wie viele Projekte haben Sie mit dem System schon bearbeitet? Also Reset One Big ist im Oktober 2019 gestartet, mit dem Anspruch, die Herausforderungen, die wir haben, zu sortieren und Lösungsansätze zu etablieren. Für mich ist die Zahl dahinter letztendlich gar nicht so relevant, weil es sind die Themen, die wir damit nachhaltig auch wirklich in die Umsetzung bringen. Wenn Sie aber eine Zahl hören wollen, dann ist es tatsächlich so, dass wir über 100 Veränderungsprozesse damit angestoßen haben und weit über 70 auch schon komplett abgeschlossen haben. Wundervoll. Ich habe ja heute Mittag gesagt, dass ich mir immer das Gewinnerprojekt nach einem Jahr anschaue und Sie dann nach einem Jahr besuchen komme und mal anschaue, was Sie an schönen Projekten gemacht haben und wie es mit der Nachhaltigkeit aussieht. Denn das ist ja im Change Management immer das Entscheidende, es anzuregen und dann auch wirklich am Laufen zu halten, ist die eine Seite. Aber es anzuregen, Laufen zum Laufen zu bringen, es weiter zu betreiben und am Ende wirklich auch die Ergebnisse zu haben, das ist ja häufig das, was wir aus früheren Projektmanagementstrukturen kennen. Viele, viele Projekte sind angeleiert und am Ende des Tages bleiben sie dann irgendwo liegen und werden nicht vollendet. Das haben Sie letztendlich ja toll mit Ihrem Projekt oder mit Ihrem Ansatz bewiesen, dass das auch funktionieren kann und mit so vielen Dingen schon umgesetzt. Also ich bin ganz begeistert und gespannt, vor allen Dingen, wenn ich nach Wandsberg komme und mir dann mal anschaue, was dort passiert ist. Was war Ihr Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, da hat es mir richtig Spaß gemacht, da war es richtig gut? Tatsächlich ist es so, dass am meisten Spaß die Themen machen, wo sehr, sehr viele Protagonisten am Ende davon profitieren. Das ist natürlich auch das Herausforderndste, erst mal die Player an einen Tisch zu bekommen und auch davon zu überzeugen, dass es eine Veränderung braucht, um eine bessere Struktur zu etablieren. Aber da an der Stelle, um jetzt das Belegungsmanagement zu nennen, braucht es ein Ineinandergreifen der unterschiedlichen Berufsgruppen, Pflege der Entlassdaten etc., dass das am Ende auch wirklich funktioniert. Und das sind die Themen, die dann in der Klinik auch den größten Effekt haben. Ja, Herr Hankeln, Sie sind wahrscheinlich wahnsinnig stolz auf die Frau Schläger und ich bin auch total froh, dass Sie den Change Award zu sich mit nach Hause genommen haben. Aber wo soll er jetzt im Konzern stehen? Ja, natürlich bei Frau Schläger. Also ich bin in der Tat stolz. Katharina Schläger war mal Trainee bei mir in der Acker Nord, meinem ersten Haus bei Asklepios. Das ist lange her, hat danach ihre Karriere im Konzern gemacht, bei ihr langen Assistenz. Insofern bin ich da wirklich stolz. Und deswegen freue ich mich darüber mehr als für jeden anderen. Und da würde ich mich ja auch freuen. Das muss nach Wandsbeck. Das ist glaube ich auch, so verstehst du das, auch ein Preis mit für die Mitarbeiter in Wandsbeck, die sich an diesem Projekt beteiligen. Auch das gehört dazu. Und ich glaube, das kann nochmal einen Motivationsschub geben, das eine oder andere Projekt dann vielleicht nochmal zusätzlich zu machen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch. Und bei Ihnen, Herr Hankeln und Ihnen, Frau Schläger. Ich finde es einfach wirklich nochmal, das muss ich einfach sagen, ganz fantastisch, dass Sie den Change Award mit nach Hause genommen haben. Eine fantastische Leistung und eine große, große Motivation, auch inhaltlich für viele Kliniker draußen in Deutschland, tatsächlich die Dinge, die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen nicht nur anzugehen, sondern auch mit Sachverstand zu lösen. Ganz herzlichen Dank dafür. Eine tolle Kommunikation, eine zugewandte Kommunikation und Kultur, die Sie dort beschrieben haben. Ich bin immer noch sehr begeistert. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. Deseknat. Deseknat. Untertitelung des ZDF, 2020